Hallo, heute möchte ich dir zeigen, wie du dieses Bild anlegen kannst. Ich werde dir zeigen, wie ich das mit Kohle und Ölfarbe gestaltet habe. Das Ganze wird in einem Zeitraffer-Modus ablaufen, sodass du in einigermaßen überschaubarem Zeitraum siehst, was ich alles getan habe. Ich hoffe, es ist eine Inspiration für dich. Du findest das irgendwie hübsch und vielleicht auch für dich ansprechend. Dann hinterlass mir doch einfach einen Kommentar oder vielleicht auch ein Like. Das wäre super schön, würde mich gefreuen. Ich bin übrigens Markus Philipp von Learn to Paint Easily. Wenn du herausfinden möchtest, wie ich online live Workshops veranstalte und du vielleicht daran teilnehmen willst, dann schau doch einfach vorbei. Den Link findest du ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video. Aber jetzt viel Spaß! Vielen Dank. Danke! Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020